So. So. Ist doch lustig, da ist Tschischlauch. Ist auch schon bei drei Stunden. Es gibt... Es gibt doch... ...schlanken. Ja, eben. 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 Es ist schon so drauf angelegt. Äh... Es nicht dicht drückt. Weil der Hund wirklich ziehen bleibt. Weil er soll da auch ziehen. Er darf da auch ziehen. Normales Zugschirr auch nicht. Weil die gehen nicht bis das hintere. Und ich möchte sehr wohl spüren. Ich möchte das wirklich zentral vom Bund dann auch befestigt haben. Ich möchte nicht die hintere Zunge haben. Weil wenn ich hinten, umso weiter ich hinten bin, desto mehr gebe ich dem Hund eine Richtung vor. Das ist wie eine Hebewirkung. Wenn ich da irgendwo ziehe, gebe ich dem Hund eine Richtung vor. Wenn ich vorne irgendwo ziehe, wie beim Halsbandl, gebe ich dem Hund eine Richtung vor. Umso mehr das in der Mitte ist, desto zentraler, dass das liegt, desto weniger ziehe ich den Hund. Das ist gut. 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 Ich halte dich. Untertitelung des ZDF, 2020 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 Gabi? Gaby? Ja? Also nein, sie kommt schon. Ich glaube, ich habe ihm dickig die Steffel verloren. Akina ist voll geil drauf. Ich habe nichts anderes erwartet. Wir warten jetzt ein bisschen. Ja, ist schon gut. Es geht gleich weiter. Also du siehst sie, lasst sie nicht ablenken von einem Hund. Wenn die geht, geht sie. Ja, spielt keine Rolle. Akina da bleib. Es schadet auch den Hund nicht, wenn er hin und wieder mal ein Ding ist. Aber im dickig drinnen selber hätte es keinen Sinn gehabt. So. Und sie tut jetzt einfach ganz normal weiter. So weiter. So. Die hat auch die Spur gleich wieder, gell? Ja, ja. Das Riechen brauchst du ja noch nicht weiter. Sie sieht, ich überlegte ihn nicht einmal. Sie ist eine tolle Geilheit drauf. Also was sie heute leistet, ist wieder... Sie ist eine tolle Geilheit drauf. Sie ist eine tolle Geilheit drauf. Super Maße. Wo ist sie? Das sind viele Wildgerüche. Untertitelung des ZDF, 2020 Vielen Dank. 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 Vielen Dank.